Und ich bitte Sie alle sehr herzlich, geben Sie mir die Chance, geben Sie mir die Möglichkeit, dem Kandidaten selbst bin ich nur einmal mit der Kamera nahegekommen. Die Hände des Kandidaten, sein Lächeln. Wir müssen dieses große Ziel der Erneuerung dieses Landes am Sonntag erreichen, zum Wohl unserer Heimat für die glückliche Zukunft Österreichs. Ich erinnere mich an seine Hände, sein Lächeln und an die Perlen der zukünftigen First Lady. Auch das französische Fernsehen interessierte sich für seine Hände. Er schien sein Volk umgreifen, umschlingen zu wollen.